Hallihallo Leute, willkommen zurück zu einer ganz besonderen Folge der 190. mittlerweile hier, nicht vom Rotstein Park Server, beziehungsweise nicht von der Redstone World, sondern von einer Kopie dieser Redstone World, auf der ihr endlich mal wieder mitspielen könnt. Ich weiß nicht, wer von euch gestern mein 24-Stunden-Stream-Ankündigungsvideo gesehen hat, aber dort habe ich es bereits ganz kurz angerissen. Es wird wieder ein Event geben, bei dem ihr die Möglichkeit habt, mit mir zusammen und mit ganz vielen anderen Teilnehmern insgesamt bis zu 100 Stück zur selben Zeit gleichzeitig auf dem Redstone World Server zu spielen. Das Besondere an diesem Event ist, dass ihr nicht nur mit uns zusammen spielen könnt, sondern auch die allerneuste Version der Redstone World hier mit zur Verfügung habt, die wir hier für euch produziert haben. Das heißt, das letzte Video, den Stand, den ihr dort gesehen habt, auf dieser Version könnt ihr mit uns spielen. Das ganze Event findet statt im Rahmen meines 24-Stunden-Streams. Dieser startet morgen, wenn ihr das Video seht, also am 28.12. um 9 Uhr. Und wir können, ich blende euch das Ganze ein, an zwei Zeitslots, die seht ihr jetzt hier einmal eingeblendet, mit uns zusammen auf dem Server spielen. Der Server steht bereits, wir haben einige Anpassungen vorgenommen und die möchte ich euch heute hier im Rahmen dieser Special-Episode präsentieren. Und dafür bin ich jetzt auch einmal mit meinem zweiten Account online gegangen, der jetzt einfach dafür genutzt wird, um euch mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn ihr joinen würdet. Wie gesagt, das Event findet ausschließlich am 28.12. statt und ihr habt an zwei Slots die Möglichkeit, hier jeweils eine Stunde mit uns zu spielen. Der Server ist, ihr seht schon, für 100 Leute ausgelegt, also 100 Leute plus Moderatoren. Das heißt, 100 Zuschauer können tatsächlich drauf joinen. Je nachdem, wie viele es werden, begrenzen wir die Zeit, wie lange ihr drauf könnt. Grundsätzlich kann aber jeder, wenn nicht so viel los ist, eine Stunde drauf bleiben. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich 15 Minuten Slots machen, sodass innerhalb von einer Stunde 400 Leute drauf kommen können. Die IP zu dem Server, die erfahrt ihr jetzt noch nicht. Die werdet ihr dann bei mir entsprechend im 24-Stunden-Livestream hier auf YouTube erfahren. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit uns zusammen dort zu spielen. Sobald ihr die IP habt, könnt ihr euch darauf connecten. Wir spielen auf der aktuellsten Vollversion von Minecraft, also der 1.16.4. Und sobald ihr dann jetzt hier auf den Server gejoint seid, seht ihr schon, dass das Resource-Back, ihr kommt hier eine Frage, heruntergeladen wird. Und somit habt ihr auch die Sounds, die wir überall bisher hier im Rotsteinpark bzw. in der Redstone World verwenden, sodass ihr auch wirklich das volle Erlebnis habt und auch die ganzen schönen Texturen seht. Sobald ihr auf dem Server angekommen seid, seid ihr hier im Rotsteinpark angekommen und genau dieses Element werden wir auch jetzt hier beim Special 24-Stunden-Stream zeigen. Das heißt, ihr seht schon hier ganz hinten ist eine World Border, das heißt die Bereiche außerhalb, das große Hauptquartier, die werdet ihr nicht sehen, denn wir wollen mit euch, wie gesagt, den Rotsteinpark spielen, sodass ihr hier mit uns die Fahrgeschäfte, die Attraktionen, die Minispiele machen könnt und es dann losgeht. Wie ihr schon seht, ist euer Freizeitparkpass aufgeladen mit 60 Minuten und ihr könnt, wie der Name auch schon hier sagt, das Server-Resource-Pack runterladen und dann hier zusammen mit uns starten. Ihr könnt dann einfach reingehen und ihr seht bzw. ihr hört dann schon, wie sich hier die Musik aufbaut und dann sind wir hier schon im Park angekommen und der ist jetzt gerade aktuell, dank des schönen weihnachtlichen Tech-Chapellex hier in weihnachtlicher Stimmung aufgebaut. Die Bäume sind geschmückt und wir erleben hier hoffentlich dann viele schöne Minuten, Stunden eventuell zusammen, wo wir hier verschiedene Fahrgeschäfte spielen können. Was anders ist als in den Versionen, die ihr aktuell auf YouTube seht, ist im Grunde genommen nicht viel. Ihr spielt hier im Adventure-Modus und wir haben neben diesem Adventure-Modus noch ein paar zusätzliche Sachen entfernt, sodass hier der Himmel gut aussieht. Damit ich euch das zeigen kann, wechsle ich einmal kurz mein Minecraft-Account und wir sehen uns dann gleich wieder, sodass ich euch mal kurz die Änderungen zeigen kann. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt mit meinem Admin-Account da und so wird das für euch nicht sein. Ihr werdet, wie vorhin gesagt, im Adventure-Modus hier die Map ablaufen können und so dann zu den jeweiligen Fahrgeschäften gehen, die ihr unbedingt schon mal fahren wolltet. Dadurch, dass ihr das Resource-Pack hoffentlich runtergeladen habt, könnt ihr auch hier die Attraktion einfach nutzen, reingehen und wir sehen schon, wir haben auch hier die Custom-Item-Models, die wir hier überall im Park verwendet haben, geladen, sodass ihr dann auch genau die gleiche Experience habt, wie wir diese auch haben. Freie Flächen, wie zum Beispiel hier vorne das Loch oder der nicht gefertigt gestellte Abenteuerweg, haben wir jetzt für das Event erstmal geschlossen. Das heißt, ihr kommt hier nicht rein, da die Projekte aber sowieso nicht fertig sind, haben wir erstmal das entfernt, sodass ihr wirklich hier eine sehr, sehr schöne Version habt, auf der ihr dann spielen könnt. Freie Baublöcke, Sachen, die wir vorbereitet haben, die hier irgendwo noch überall früher in der Luft rumschwebten, sind soweit entfernt. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich einen sehr, sehr, sehr schicken Server und ihr könnt hier einfach hingehen, euch zum nächsten Fahrgeschäft begeben und dann zum Beispiel hier in der Attraktion sitzen und einfach mal schauen und alles genießen. Wie Gehaltser sagt, es wird so sein, dass ihr grundsätzlich, je nachdem wie voll es ist, die ganze Zeit, also eine volle Stunde auf dem Server bleiben könnt. Oder wenn sehr, sehr viel los ist, dann ihr 15 Minuten bleiben könnt und nach 5 Minuten wieder connecten könnt. Der Server, den wir hierfür jetzt zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise vorbereitet haben, ist in der Tat sehr potent. Das heißt, er hat sehr, sehr viel Leistung. Es sollte für euch also sehr gut spielbar sein. Die Chunks, ihr seht schon, sind sehr weit hochgestellt, sodass wir alle hier eine schöne Zeit haben und wirklich die Welt genießen, gegeneinander, miteinander spielen können. Hier einfach mal zusammen spielen und gucken, was man am Minispielen so Verrücktes machen kann und eventuell schauen, ob ihr mich auch so in Winterspielen wie dem hier oder im Schweinkartrennen besiegen könnt und somit dann hoffentlich eine gute Zeit habt. Der aktuelle Stand ist es, wie bereits vorhin erwähnt, wir haben all die kleinen Anpassungen und Fixes, die wir in den letzten Wochen und Monaten hier vorgenommen haben, also schon mit eingebaut. Es ist die tagesaktuellste Version, das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, den wirklich aller, aller neuesten Versionsstand mitzuspielen. Projekte, die wir jetzt gerade hier angefangen haben, sind immer noch auf dem Niveau und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit am Start seid, mit mir eventuell zusammen den Film hier einmal anschaut. Das gute Frau Holle Abend heuer spielt und ihr seht schon, unsere Teammitglieder, die hier den Server zur Verfügung stellen, sind hier gerade noch am Vorbereiten und wir werden dann entsprechend hier hoffentlich mit euch ein schönes Event haben. Ansonsten möchte ich euch natürlich auch ganz herzlich zum 24-Stunden-Stream einladen. Wir haben neben dem Redstone-World-Part, den wir dort haben, ich blende euch jetzt nochmal kurz die Zeiten ein, haben wir natürlich noch vieles weiteres mit auf der Liste. Wir werden sehr viel Craft-Attack spielen, wir werden sehr viele Special-Sachen machen, wir haben Adventure-Maps, wir haben Among Us und Minecraft, was wir spielen werden. Wir werden mit meiner Schwester, die in Amerika wohnt, zusammen das erste Mal Minecraft spielen, die wird live mit dabei sein. Und wir haben noch Custom-Lego-Sets vorbereitet, die ich selber noch nicht kenne, das seht ihr jetzt hier leider nicht durch den Greenscreen, aber hier hätten wir zum Beispiel eine sehr, sehr schicke Custom-IOSA-Figur, die ich mal geschenkt bekommen habe. Und auch hier werden wir mit Lego bauen. Alles in allem wird es bestimmt ein sehr, sehr schöner 24-Stunden-Stream werden. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen und euch hier auf dem Server begrüßen zu dürfen, sodass wir dann hier hoffentlich zwei schöne Timeslots haben von jeweils einer Stunde, wo wir zusammen spielen können. Ganz wichtig, 1.16.4 Vanilla, also die Java-Edition wird es sein, die müsst ihr haben und mehr braucht ihr eigentlich nicht. Die Info, die IP findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung, beziehungsweise die IP bekommt ihr bei mir beim Livestream. Und ich würde sagen, ich beende jetzt damit das Video, freue mich euch morgen und übermorgen hier auf dem Server zu sehen. Sagt Dankeschön und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.